Jetzt fühlt sich stark, wenn er liegt, oder? Ja, es geht ohne zu ihm. Ja, jetzt hopsen die ja auch nicht alle rum. Sie macht eigentlich gerne mit ihm, hier mit ihr Turm, da mit Alf. Alf hat richtiges Fell, oder? Ja, das ist also echt Blühstackel geworden. Sollen wir gleich reintreten. Strickstrumpf. Mega krause. Ja, vor allem, ich schneide ihm ja auch öfter mal so Dinger raus einfach, ne? Und das fällt gar nicht auf. Also, ob du da noch was rausgeschnitten hast oder pengen, dann kommt der Rest der Nebenlage. Moment, wir verteilen uns. Läuft. Sie muss am 1. hin, ne? Und wenn wir sie dann in den Wagen setzen und dann sagen, komm mit, wir gehen. Sie mault, weil sie weiß, wo's hingeht, sie mault eine Woche mit uns. Hm. Machen sie ja. Das ist eine Show, die die abzieht oder kritzt. Lulu spricht nur nicht mit Leuten in dem beinroten Anzug. Wenn da irgendeine Schwester rauskommt im Altenheim in dem beinroten Anzug, ist der Hund weg. Ja. Und sie merkt, sie kommt doch mal hier. Ne, ey. Ich erinnere mich so dunkel an den Anzug. Bei ihm sind's weiße Anzüge. Also, das kann auch die Apotheke sein. Wenn die ihren Kittel anhaben, glaub nicht, dass der auch nur einen Schritt drauf zugeht. Ne, du hast einen Anzug an, du willst so eine Spritze geben, hau ab. Ich weiß noch mal, sie sich angeschrien hat, als sie ihr den Chip gesetzt hat. Ja. Ja, er auch. Ich war nicht dabei, weil meine Eltern haben nur gesagt, er hat nur gebrüllt. Toll. Ja, ich hab nicht gedacht, dass der Hund so'n kann. Und dann kommt die an und sagt, oh, mit dem Kitz. Ja. Ja, hier, unser Tierhätten kommt dann immer an mit Leberwurst und sowas, ja. Kein Keks. Ne. Macht er auch nicht. Sie können mit dem Steg um die Ecke kommen, dass wir nicht so, okay, was machen wir jetzt? Operieren oder was? Ja. Du auch. Joho. Ja, das macht sie hoch. Da ist egal, wer das ist. Haben wir, wenn sie mir denkt, ich spreche. Oder sie ist so wie heute unruhig. Ja. Ja. Und diese Zeit sehe ich hier sonst ja keinen. Ne, eben. Ich war auch ganz erstaunt eben. 17 Kilo. Wie viel? 17. Glaubt man nicht, ne? Ne. Und ich mein, die ist ja nun wirklich nicht dick. Was hat Daisy? Ja. Was hat Daisy an Gesicht? Ne. Die müsste, die müsste elf, zwölf Kilo haben. Wuss. Okay, Alf, du bist das Leichtgewicht hier in der Gruppe. Sie ist... Ja. Wenn wir dir das Fell abschneiden, ist da nichts mehr übrig von dem Mond. Ne. Das ist bei Daisy auch, wenn die vom Friseur kommt. Wir sind ja nur die Hälfte. Jo. Ja. Er hat siebeneinhalb. Ja. Dann sagen wir... Ja. Ja.